Ich habe keine Freunde. Ein Satz, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich ihn mal sagen würde. Schon gar nicht so ehrlich und offen anderen Menschen gegenüber. Die meiste Zeit meines Lebens waren Freunde ein großes Thema für mich, aber nicht deshalb, weil ich viele davon hatte oder meine gesamte Freizeit mit ihnen verbracht habe. Nein, Freunde waren deshalb ein großes Thema, weil ich schon immer ein Mensch war, der nur sehr wenige Freunde hatte und einige davon, wie ich irgendwann feststellen durfte, auch noch toxisch waren. Und dank meines Umfeldes und den sozialen Medien war ich irgendwann überzeugter von dass ich diejenige war, mit der etwas nicht stimmte. Zu schüchtern hieß es, zu langweilig, zu brav und manchmal sogar zu arrogant. Dieses Thema hat mich sehr lange beschäftigt und unglücklich gemacht. Obwohl es mir schon immer leicht fiel und auch gut tat, Zeit mit mir alleine zu verbringen oder mit einzelnen wenigen Menschen engeren Kontakt zu haben, hatte ich mich danach gesehnt, einer Gruppe anzugehören. Obwohl ich mich auf Geburtstagen oder anderen Veranstaltungen mit vielen Menschen nie besonders wohl gefühlt habe, dachte ich, dass es bestimmt toll wäre, wenn so viele Menschen wegen mir kommen würden. Denn so habe ich geglaubt, es würde ja dann bedeuten, dass sie mich mögen. Dass ich eine von ihnen bin. Und doch habe ich meine Geburtstage nie groß gefeiert, denn irgendwie hat es sich nicht stimmig angefühlt. Ich hatte unterbewusst immer eine ganz bestimmte Vorstellung von Freundschaft. Ein Freund oder eine Freundin waren für mich wie Familienmitglieder. Hier würden Geheimnisse nicht nach außen getragen werden. Hier könnte man Gespräche von Herz zu Herz führen und würde sich verstanden oder doch wenigstens voll und ganz akzeptiert fühlen. Eine echte Freundin würde niemals hinter deinem Rücken reden, dich beleidigen oder vor anderen schlecht dastehen lassen. Freundschaft war für mich immer eine Art unsichtbares Band, eine tiefe Verbindung auf seelischer Ebene, gemeinsame Interessen, gegenseitige Unterstützung, sich füreinander freuen und offen über alles reden können. Das war wahre Freundschaft für mich. Die Realität sah jedoch anders aus. Ich hatte Freunde, die hinter meinem Rücken über mich, aber auch über andere sprachen, welche, die ständig mein Aussehen kritisierten und sich mit mir verglichen, und andere, die mich einfach nur als nette Ablenkung behandelten oder stets ihre ganze Negativität bei mir abgeladen haben. Nicht alle Freunde waren toxisch, doch diese besondere Verbindung, von der ich sprach, hatte ich mit keinem. Ich fühlte natürlich, dass es das irgendwie nicht sein kann, dass da mehr sein muss, darf. Und doch hielt ich an diesen Verbindungen fest. Ich wollte wohl zu sehr Teil von etwas sein. Rückblickend verstehe ich natürlich, dass ich mich ganz schön abhängig von diesen Menschen gemacht hatte und alles nur in der Hoffnung, Zugehörigkeit und Akzeptanz bei ihnen zu finden. Jahrelang habe ich nach dieser Zugehörigkeit gestrebt, nach Anerkennung von Menschen, die mir größtenteils nicht gut taten, die andere Interessen und Vorstellungen vom Leben hatten als ich. Und mittendrin, zwischen dem Versuch, ein möglichst zufriedenes Leben zu leben und bestmöglich am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, musste ich leider feststellen, dass ich mich selbst vollkommen verloren hatte. Ich wusste nicht mehr, was ich will, warum ich mein Leben so lebe, wie ich es lebe und wie es überhaupt weitergehen soll. Ab einem Punkt hatte ich mich mehr und mehr zurückgezogen. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich den Menschen, die ich meine Freunde nannte, mit dem, was in mir vorging, nicht anvertrauen konnte. Zumindest wollte ich es nicht, denn ich fühlte mich sehr verletzlich und ich wollte nicht, dass das nach außen getragen würde. Und alleine dieser Punkt zeigt mir heute, was für eine Art Freundschaften ich überwiegend hatte. Nämlich solche, in denen Loyalität und Vertrauen keinen hohen Stellenwert hatten. Nach meinem Rückzug und der intensiven Auseinandersetzung mit mir selbst, zurück zu mir, zu einem achtsameren und einfacheren Leben, haben sich meine Freundschaften nach und nach aufgelöst. Ich habe mich verändert und mit mir meine Beziehungen. Es hat viele Umbrüche in meinem Leben gegeben. Ich bin in eine andere Stadt gezogen, bin in der Welt herumgereist, wurde auf meinem Weg zu meinem Seelenpartner geführt. Und verstehe jetzt mehr denn je, wer ich bin, was mich ausmacht, was und wer mir gut tut und wer nicht. Und vor allem traue ich mich mehr denn je oder vielleicht sogar zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben, ich selbst zu sein. Manche der Freunde von früher haben in dieser Zeit Selbstabstand von mir genommen. Von anderen wiederum habe ich mich ganz bewusst distanziert. Und mir geht es sehr gut damit, denn was ich auf meiner bisherigen Lebensreise lernen durfte, ist, ich bin genau richtig, so wie ich bin. Genau so, wie du es bist und auch jeder andere Mensch. Wir sind jetzt schon gut genug. Wir brauchen nicht auf die Anerkennung oder Akzeptanz von anderen zu warten, um uns das zu bestätigen. Und andersherum, wir sind nicht weniger gut, weniger schön oder weniger fähig, nur weil andere unseren Wert, unsere Schönheit und Fähigkeiten nicht erkennen können. Es geht einzig darum, unseren Wert selbst zu erkennen, uns so anzunehmen, wie wir sind und auf unserem Weg Stück für Stück herauszufinden, was uns gut tut, was uns Freude schenkt und uns in diese Richtung weiter zu bewegen. Und alles, das uns nicht gut tut oder auf eine ungesunde Art und Weise aufhält, dürfen wir lernen, loszulassen. Umstände, Dinge und eben auch Menschen, ganz im Vertrauen, dass alles, was zu uns gehört, früher oder später in unser Leben treten wird. Ich habe keine Freunde und ich fühle mich mit dieser Tatsache ruhiger und entspannter denn je. Denn auf meinem Weg der Veränderung habe ich zwar viele Menschen, Freunde, losgelassen, andere Beziehungen dafür dazugewonnen. Ich habe nun meinen Seelenpartner an meiner Seite. Meine Beziehungen zu Familienmitgliedern haben sich intensiviert und weiterentwickelt. Ich durfte wundervolle Menschen kennenlernen, sowohl persönlich als auch online. Und ich begegne nach und nach immer mehr Gleichgesinnten, mit denen ich mich über Themen austauschen kann, die mich wirklich interessieren und voranbringen. Ein großer Teil davon seid ihr, meine liebe YouTube-Community. Und dafür bin ich sehr dankbar. All diese Veränderungen in meinem Leben waren und sind nur möglich, weil ich mich dazu entschieden habe, zu mir selbst zu stehen, meinen eigenen Weg zu gehen und mich zu zeigen, so wie ich bin. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal.